Grüß euch. Hallo, ich bin die Stefanie. Und ich bin der Alwin Jurczyk. Willkommen bei unserem Weingut in Langenlois im Kamptal. Die Ernte ist jetzt gerade vorbei und wir laden euch ein zu einem kleinen Spaziergang durch unseren Keller. Schauen wir. Das Weingut Jurczyk in Langenlois ist ein altes Traditionsweingut unter einem jungen Management. Wir haben vor ein paar Jahren das Weingut von meinen Eltern übernommen. So richtig losgegangen ist es eigentlich erst, als meine Freundin und jetzige Frau zu mir gekommen ist. Die Stefanie kommt aus einem kleinen Weingut aus Rheinhessen. Dass ich sie nach Österreich locken konnte, bin ich noch ganz stolz darauf. Für sie war klar, wenn sie kommt, möchte sie die Weine machen. Das war das, was sie schon zu Hause gemacht hat. Wir versuchen Weine zu machen mit der Überlegung, was kann ich alles weglassen, um immer noch einen großen Wein zu machen. Und deshalb finde ich die Weine, die voll sind mit Leben, mit Vibration, das sind Weine, die ein vielschichtiges Aroma haben. Das sind Weine, die alle ein paar Minuten was anderes raus spüren lassen. Und ich hoffe, wenn sie unsere Weine trinkt, schmeckt sie ein bisschen das, was wir machen.